Herzlich willkommen zu einem neuen Review von Top Trends. In diesem Video stellen wir dir den WMF Küchenminis Dörrautomat aus Edelstahl vor. Wenn du auf der Suche nach einem kompakten, leistungsstarken und vielseitigen Dörrautomaten bist, dann könnte dieses Modell von WMF genau das Richtige für dich sein. Ob du gesunde Snacks für die Familie herstellen möchtest, dir eine kreative Möglichkeit wünschst, um Kräuter, Obst und Gemüse zu verarbeiten oder sogar deine eigenen Müsli-Riegel kreieren möchtest, dieser Dörrautomat könnte deine Küche revolutionieren. Bleib dran, um alles Wissenswerte über diesen praktischen Helfer zu erfahren. Der WMF Küchenminis Dörrautomat überzeugt bereits auf den ersten Blick durch sein edles und funktionales Design. Die Verwendung von hochwertigem Chromar Gun Edelstahl verleiht dem Gerät nicht nur ein ansprechendes Aussehen, sondern sorgt auch für eine hohe Robustheit und Langlebigkeit. Das kompakte Design mit den Maßen von 80,8 cm Tiefe, 27,7 cm Breite und 20,4 cm Höhe lässt den Dörrautomaten problemlos in jeder Küche Platz finden, egal ob du eine große Arbeitsfläche oder nur wenig Raum zur Verfügung hast. Im Lieferumfang findest du alles, was du für den Start benötigst. 5 Edelstahl-Dörrgitter, eine Silikon-Müsli-Riegelform, 2 Aufbewahrungsboxen, eine Müsli-Riegelbox sowie ein Rezeptbuch. Die 5 Dörrgitter aus Edelstahl sind feinmaschig, sodass du auch kleinere Zutaten wie Beeren oder Kräuter effizient trocknen kannst, ohne dass diese durch das Gitter fallen. Die besondere Stärke des Dörrautomaten liegt in der Flexibilität, die dir durch die Gesamtdörrfläche von 5 Gitter-Ebenen geboten wird. Solltest du noch mehr Dörrkapazität benötigen, lassen sich die Ebenen durch den Kauf von 3 zusätzlichen Gittern erweitern. Der Clou ist, dass das Gerät so kompakt ist, dass du es leicht verstauen kannst. Ein echtes Plus, wenn Platz in deiner Küche ein knappes Gut ist. Ein weiterer großer Vorteil des WMF Küchen-Minis Dörrautomaten ist die einfache Bedienung. Das Gerät ist mit einem LC-Display ausgestattet, das dir eine klare Anzeige der Temperatur und der Restlaufzeit zeigt. Die Temperatureinstellung ist variabel und kann zwischen 30 und 70 Grad Celsius eingestellt werden. Das gibt dir die Möglichkeit, unterschiedliche Lebensmittel perfekt zu dehydrieren. Die Timer-Funktion lässt sich von 0 bis zu 24 Stunden einstellen, sodass du volle Kontrolle über die Trocknungsdauer hast. Der Dörrautomat wird über einen Drehknopf und Tasten gesteuert, was eine intuitive Bedienung erlaubt. Ein weiteres praktisches Feature ist die Abschaltautomatik. Du kannst wählen, ob das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit mit oder ohne Signalton abschalten soll. Du kannst das Gerät auch über Nacht betreiben, ohne dich um eine Überhitzung sorgen zu müssen, da der eingebaute Überhitzungsschutz für zusätzliche Sicherheit sorgt. Durch die elektronische Luftzirkulation wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung garantiert, was für konsistente Dörr-Ergebnisse sorgt. Egal, ob du saftige Apfelringe, aromatische Kräuter oder knackige Gemüsechips herstellen möchtest, das Ergebnis ist stets gleichmäßig, da alle Ebenen gleichmäßig belüftet werden. Die Vielseitigkeit des WMF-Dörrautomaten ist eine seiner größten Stärken. Das Gerät ist geeignet, um eine Vielzahl von Lebensmitteln zu verarbeiten. Von Trockenobst über Gemüsechips bis hin zu Kräutern, Fleisch für Beef Jerky oder sogar selbstgemachte Pasta, es gibt kaum Grenzen für deinen Einfallsreichtum. Gerade in Zeiten, in denen immer mehr Menschen Wert auf eine gesunde Ernährung legen, bietet der Dörrautomat eine tolle Möglichkeit, Snacks ohne Zusatzstoffe selbst herzustellen. Besonders hervorzuheben ist die mitgelieferte Silikon-Müsli-Riegelform. Damit kannst du deine eigenen Müsli-Riegel herstellen, perfekt für einen gesunden Snack für unterwegs oder für die Lunchbox deiner Kinder. Mit der Form kannst du gleich mehrere Riegel gleichzeitig herstellen und das beiliegende Rezeptbuch bietet dir inspirierende Ideen für gesunde und leckere Kombinationen. Die Reinigung des Dörrautomaten von WMF ist ebenso unkompliziert wie die Bedienung. Die Dörrgitter bestehen aus Edelstahl und lassen sich daher einfach unter fließendem Wasser reinigen. Auch die Silikon-Müsli-Riegelform sowie die Aufbewahrungsboxen bestehen aus BPA-freiem Tritern-Kunststoff und sind Spülmaschinen geeignet, was die Reinigung besonders einfach macht. Diese Materialien sind nicht nur pflegeleicht, sondern auch unbedenklich für die Gesundheit, da sie keinerlei schädliche Stoffe enthalten. Die pflegeleichte Reinigung ist ein großer Vorteil im Alltag, da der gesamte Prozess der Dörrung sehr entspannt bleibt, von der Vorbereitung über das Dörren bis hin zur Reinigung. Gerade wenn man regelmäßig trocknet, ist es praktisch, dass alle Bestandteile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, leicht zu säubern sind. Der WMF Küchenminis Dörrautomat überzeugt auch in puncto Energieeffizienz. Mit einer Leistung von 220 Watt gehört er zu den eher sparsamen Geräten seiner Art. Das bedeutet, dass du selbst bei einem längeren Dörrvorgang keine übermäßigen Energiekosten befürchten musst. Ein energiesparendes Gerät ist besonders wichtig, wenn du häufiger größere Mengen an Lebensmitteln dörren möchtest. Ein weiteres Plus ist die nahezu geräuschlose Arbeitsweise des Dörrautomaten. Das macht ihn ideal für den Einsatz über Nacht. Du kannst dein Obst, Gemüse oder Fleisch einfach vor dem Schlafengehen ins Gerät legen, die gewünschten Einstellungen vornehmen und am nächsten Morgen sind die Snacks fertig. Da das Gerät so leise ist, wirst du währenddessen nicht gestört. In zahlreichen Reviews im Internet sowie auf Amazon haben Nutzer ihre Erfahrungen mit dem WMF Küchenminis Dörrautomat geteilt. Die meisten Bewertungen sind sehr positiv und heben die einfache Handhabung, die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und die hochwertige Verarbeitung hervor. Besonders geschätzt wird, dass der Dörrautomat selbst kleine Lebensmittel wie Bären effizient trocknet und dass die Ergebnisse sehr gleichmäßig sind. Auch die Möglichkeit, Müsli-Riegel selbst herzustellen, kommt bei vielen Nutzern gut an. Einige kritisieren, dass die Dörrzeit für bestimmte Lebensmittel etwas länger sein kann als erwartet. Dies hängt jedoch oft von der Art des Lebensmittels und der Feuchtigkeit ab. Generell zeigt sich jedoch, dass der WMF Küchenminis Dörrautomat zuverlässig arbeitet und eine gute Wahl für alle ist, die regelmäßig dörren möchten. Der WMF Küchenminis Dörrautomat ist ein durchdachtes und leistungsstarkes Gerät, das trotz seiner kompakten Größe eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten bietet. Die hochwertige Verarbeitung, die einfache Bedienung und die vielseitigen Zubehörteile machen diesen Dörrautomaten zu einem idealen Küchenhelfer für alle, die auf eine gesunde Ernährung Wert legen. Ob du Obst trocknen, Gemüsechips herstellen oder deine eigenen Müsli-Riegel kreieren möchtest, mit diesem Gerät sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die Kombination aus Energieeffizienz, nahezu geräuschlosem Betrieb und der einfachen Reinigung machen den WMF Küchenminis Dörrautomat zu einem tollen Begleiter in der modernen Küche. Wenn du auf der Suche nach einem kompakten und flexiblen Gerät bist, das dir eine gesunde Alternative zu gekauften Snacks bietet, solltest du den WMF Küchenminis Dörrautomat unbedingt in Betracht ziehen. Bei Amazon erreicht der WMF Küchenminis Dörrautomat eine Kundenzufriedenheit von 4,6 von 5 möglichen Sternen bei derzeit über 4100 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 90 Euro. Das war's mit unserem Video über den WMF Küchenminis Dörrautomat. Du kannst ihn dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten sogleich auf den angegebenen Link unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung den WMF Küchenminis Dörrautomat zu kaufen helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zum Dörrautomat von WMF haben, schreib es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust.